So, hallo, da sind wir wieder bei Binding of Isaac, wir versuchen es mal wieder mit dem, mit der Challenge, ich werde es endlich mal schaffen, zweimal ist er schon gescheitert, so, der geht weg, oh je, schnell, 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 schnell auf ihn, gut, die Spinne cheater, die hat sich durch den Stein getweetet, ich habe es genau gesehen, so, was haben wir denn hier, eine Bombe? Und jetzt, hat sich gelohnt, und das werden wir auch gleich hier auffangen, für, nochmal zwei Herzen, und zwei Trollbomben, das fand ich schon, aua, aufgepasst, keiner zu nah sein, so, oh, gibt es da mal eine riesen Explosion, wenn die explodieren, alle auf einmal, es gibt es ja, oh, Das war noch nicht aus, so, schnell bevor der spuckt, und trotzdem werde ich hier, aber ich mag die Spinne nicht, ich hasse die Spinne, ich hasse die Spinne einfach, so, der, Und der, und der auch noch, und der Körper, und der Schlüssel, sehr schön Dann gehen wir unten rum, holen uns die Münze, und auf zum Kackhofen, da ist nichts mehr drin, schade, aber hier ist, oh, Gottes, aua Das ist sehr schön, dass da ein blauer Stein ist, dann lohnt sich das auch richtig, die Bombe Dann kommen wir auch gleichzeitig an die Truhe ran, nochmal zwei Herzen, sehr schön Und wieder die Bombe bekommen, Sanduhr, super toll, das hat man sparen können Ich glaube, die verlangsamt sogar nur alles, noch schlechter als, äh, ich glaube, es war Marms, äh, Irgendwas, Marmslip-Einlage, genau, was, ähm, die Gegner nur verlangsamt, äh, auch einfriert ganz So, schnell bevor der hier auf die Idee kommt, die reinzukrabbeln, wenigstens brauchen sie nur zwei Hits Eins, zwei, und wieder eine Bombe Gut, gut Eins, zwei, und komm her Äh, wo gibt's denn jetzt einen Schlüssel für mich mal? Kommt, geht's sterben Gut So, ja, sehr schön Ich muss das Ganze ein bisschen abkürzen Da ist der Boss Gut Wahrscheinlich muss ich eh nochmal den einen Raum da unten rein gehen Es geht auch wirklich hoch So Silberherz Die Schokoladenmilch nehm ich jetzt mit Aufladen Wie stark schieße ich denn? Hä? Das ist ja dann richtig klein, die Träne Ist das ein Bug? Die Träne zu klein ist, wenn ich voll aufgeladen bin Dann macht die dann doch mehr Damage Ich weiß das gerade gar nicht Wann haben wir denn? Vermine Komm, mach mal ein bisschen langsamer Ah, komm Aua, da renne ich rein Das ist doof So, so, so Wir sterben Boah, jetzt muss ich wieder auf die Tastatur hin, ich hoffe das hört man nicht Das geht leider nicht anders mit der Schokomilch Ich hoffe wir kriegen noch irgendwie Damage ab oder sowas Das ist echt, mir ist ein bisschen komisch, dass sie so klein sind wenn ich sie schieße Wow, das war eng So Tip of meat Nächster Boss Wen haben wir da? Tip blighted over Okay 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 Aua machte relativ viel Schaden Boah, nicht so schnell Aua Jesus juice Range plus T is up Ne, immer noch so klein Ich hatte das da noch nie glaube ich Ich nehme es mal mit Scary Aha Das bringt aber die Schokomilch gar nichts mehr Ich kann nun nicht mehr auf die Tastatur hin, man leider Naja, werde ich ohne leben müssen Ah, wenigstens okay Ach, ich kann nicht schön Ach Das war gut, dass ich das genommen habe So kann ich viel im Schaden aus dem Weg gehen Mit bisschen Damage Ab noch Ach, sehr schön Hier drüber schweben einfach Oder hier Ich bin mir so nicht sicher, ob ich das Item schon mal hatte, aber Was soll's Es hat sich auf jeden Fall gelohnt Es lohnt sich jetzt noch mehr als diese Flügel da mitzunehmen Die gab's dir sonst Schon immer im Teufelsraum Okay, es lohnt sich Aua Doch noch auszuladen Aber nicht wirklich Komm da durch Jetzt geh doch endlich in die Luft Pille Was macht die? Friends till the end Aus, aus, aus Oh, ne Ich kann das Feuer nicht ausmachen Bitte nicht ins Feueröpfen leben Es dauert so lange das Feuer auszumachen, es gibt's gar nicht Ach, ist das schön, wenn man fliegen kann Dann geht alles viel einfacher Es fällt nur noch drückte Fetus Für einen erfolgreichen Run Und wir haben keinen Schlüssel Erstmal die in die Luft fliegen lassen, der Vollständigkeit halber Und den mitnehmen Das Item lieb ich doch Das hatte ich letztes Mal, glaub ich Ich glaub das war sogar erst letztes Mal Es geht so, einfach so ab Weil letztes Mal war ich auch echt OP Aber dann Aber Das wär schon cool noch irgendwas Gutes zu bekommen, was mich so OP macht Also das Base Item ist echt eins der geilsten, was ich kenne Was bringt das noch Matthias ab? Naja, mal schauen Bringt das auch Damage Ah, okay Ich weiß nicht, wieviel Damage ich hab, das find ich aber sehr unfair Immer noch so klein Ach man Aua Ich muss mal aufpassen langsam Ich muss mal aufpassen langsam Ich muss mal aufpassen langsam Einen Schlüssel bekommen Vier bekommen, sehr schön Einen Schlüssel wär mir jetzt recht Äh Finde ich jetzt toll Finde ich jetzt toll So Geh weg Geh weg Schlüssel Nein, zwei Bomben anstatt dass man hier zwei Schlüssel gibt Boah Boah, war das eng So Und die zwei Fliegen noch, sehr schön Nochmal vier Fliegen hier bekommen Danke Erstmal die Die gehen am Gemeister auf den Sack Und hier ist jetzt kein Problem mehr, weil ich mich in der Stein verstecken kann So, jetzt Geh doch endlich sterben Bettler Du kriegst Geld für nen Schlüssel bitte Gib mir bitte nen Schlüssel Einen Schlüssel Aber ja geht das auch gut Aber bevor das mir nen Schlüssel geben können Das wär echt nett gewesen Komm fliege, ist schonmal eigentlich gut Sehr schön Nochmal zwei Fliegen von denen Aus mit dir Feuer Geh, komm her, komm her, komm her, komm her Kommt nur her Höf nicht ins Feuer, höf nicht ins Feuer So Und nicht sterben Gib mir noch nen Schlüssel Äh Öh Statt so dumme Geräusche zu machen Gib mir nen Schlüssel ganz schön Statt so ne dumme Pille Ich will mich verarschen Ich will mich echt verarschen Ich will mich echt verarschen Komm her Geh weg mein ich So Du und du Und wieder kein Schlüssel Komm Einmal kann ich dran schon spielen Das ist doch echt Aua So So Erstmal fliegen Am besten So komm her, komm her, komm her So Komm her, komm her, komm her So So Gut geschafft Und immer noch kein Schlüssel Langsam wird's lächerlich Langsam aber sicher wird's lä- lächerlich Finde ich Finde ich etwas Ich mein, ein Schlüssel auf der gesamten Ebene Schon bissl sehr schwach Ja, Herzen Herzen, Herzen Was brauch ich denn? Ich brauch Schlüssel So 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 geht das doch einfacher Danke Etma ist die gesamte Ebene hier fertig Weil ich dann auch vielleicht noch einen Shop geben kann, falls ich noch einen Schlüssel finde Was ich eher nicht glaube So So erstmal die Und die sind ja kein Problem mehr Puh Und da darf ich keinen Schaden bekommen mit solchem Raum Habe ich auch nicht ganz viel Na, deswegen meine ich schaut Klappt Also bis jetzt sieht's ganz gut aus mit den Caves XL Vielleicht finden wir dann noch Silberherz ohne sowas Gutes Oder ihn Ja, warum nicht Kommt, geht auf ihn drauf Und geht Töten Super Noch mehr Geld Fünf Münzen mehr hat sicher Super gelohnt Geheimraum Nein Und Ich bin froh, dass ich noch einen Schlüssel gefunden habe Stell dir vor, wir hätten keinen mehr gefunden, wir hätten nicht die Homing bekommen Das ist jetzt echt episch So, bitte eine Ebene nur noch Hier vielleicht der Geheimraum Nein Dann weiß ich's auch nicht Jetzt zwei Bosse töten Äh, mir verzeihen, Tschab Und Und Ich hab noch ein paar hin Drei 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 Vielen Dank.